Willkommen zurück zu Monstrum, Part 2. Das ist ein bisschen doof, egal, ähm, ich möchte hier rein, naja, wir schauen uns mal um, mal gucken, was wir so finden und mit was wir dann vielleicht entkommen können. So, direkt mal hier wieder die Schränke aufmachen. Hier vielleicht auch den hintersten oder so. Ja, das hat jetzt, das Monster bestimmt gehört, die Flasche, weil die Monster haben richtig gute Ohren, die hören einfach alles. Es gibt ja auch dieses, oh, nice, um die Ecke lehnen, aber irgendwie mag ich das nicht, ich kann das nicht so. Also, ich kann das schon, aber ich mag das irgendwie nicht so, ich find das irgendwie doof. Ich mach das generell nie bei Spielen, wenn das, äh, wenn man das machen kann, mach ich das trotzdem nicht, weil ich das so finde. So. Äh, das müsste fürs U-Boot sein, ne? Welding-Kit, das ist, glaub ich, zum Reparieren irgendwas. Ähm, das ist nicht so schlecht. Noch eine Fused, die ich nie benutze, aber trotzdem immer mitnehme. Oh, ein Benzinkanister. Auch das ist schön. Den könnte ich eigentlich oben am Helikopter ablegen, ne, dass ich wieder mehr Inventarplatz habe. Also, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Feuerlöscher. Ich weiß gar nicht, für was der gut ist. Wenn ich ganz ehrlich bin. So. Äh, wo ist das denn? Hä? Äh, ich pack das mal weg. Was ist das? Ach, das ist, na. Ne Kuckuck. Hä, warum denn beides? Bist du doof? Ne Kuckucksoberbraue ich nicht. Haben die das eine Monster rausgenommen? Ich hatte das bisher noch gar nicht. In sechs oder sieben Spielrunden hatte ich immer nur die anderen zwei Monster. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben zumindest nicht das eklige Monster. Ich weiß gar nicht, was das Monster kann. Kann sich das teleportieren oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Okay, das dauert mir zu lange. Ich würde gerne das andere Monster mal haben. Das hört man wenigstens, weil das rumtrampelt. Ich weiß nicht. Ist das noch da, sag mal? Ich werde bekloppt hier. Ja, ist ja gut. Diese Kack-Kameras, Alter. Kann man die irgendwie deaktivieren? Nein, ich finde die geht so kacke. Alter. Steht auch hier hinter. Bleib mal ruhig. Ich habe das Gefühl, das ist die ganze Zeit hinter uns. Und das ist nicht wirklich geil. Ich habe das Gefühl, das ist nicht wirklich geil. Ich habe das Gefühl, das ist nicht geil. Ich habe das Gefühl, das ist nicht geil. Für das Let's Play. Das ist so. Mein Vorhaben. Ich werde kläglich scheitern, das weiß ich jetzt schon. Aber. Egal. Und wenn ich 200 Parts machen muss. Das Ding ist einfach Benzinkanister Nein! Oh, stimmt, ich bin ja voll Äh Ne, so Und so Das klingt ja nah Ähm Was ist das denn? Okay Noch einer Brauch ich noch einen? Ich weiß es nicht Oh, das war laut Warum liegt da denn Manchmal beides ab? Naja, ich nehme es mal mit Die Fuses brauche ich eh nicht Äh, die 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 Lichtstäbe Knicklichter Ihr wisst schon, was ich meine Ach, hier ist Hier ist das U-Boot Okay, 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 okay Das ist nicht so schlecht Was ist das hier eigentlich? Ich glaube, das kann ich vor eine Tür stellen oder so, ne? Aber was bringt mir das Äh, ich habe eine Fuse Ich weiß nicht, ob ich die hierfür benutzen will Ist dieses Geräusch, wenn es lauter wird, dass das Monster in der Nähe ist? Ich glaube, schauen Aber das ist sowas von in der Nähe hier Ich trau mich nicht mehr runter Das kann aber nicht durch Wände kommen, oder? Nicht, dass er auf einmal hinter mir steht Alter, wenn ich jetzt hier wieder sterbe Ich bin doch im letzten Part hier unten schon gestorben Ich glaube, da muss die Batterie rein Die wir nicht haben Hä, ist das über uns? So, hier müssen die Lichter ran Und das muss... Ja, ist ja zum Glück gar nicht laut Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Und warum ist das hier kein Schrank, wo ich rein kann? Äh, brauche ich hierfür Batterie, Headlights, Power-Console Ich brauche hierfür kein Öl anscheinend Okay Der Ding ist, ich trau mich hier nicht mehr raus Aber ich muss ja weiter Das ist das andere Ding Ich kann es mir nicht erlauben, lange zu warten Oh, das war knapp Das hier ist auch doof Ich mag diese Stelle hier nicht irgendwie Okay 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 Ich gehe glaube ich wieder auf die andere Seite. Wobei, wenn ich da bin, ist das Monster auch wieder da. Das ist eigentlich, glaube ich, so gewollt, dass das Monster immer da in der Nähe ist, wo man selber ist. Also es wird jetzt nicht hier rumgammeln, wenn ich rübergehe. Leider. Es wäre cool, aber... ...den Gefallen wird es uns nicht tun. So, wir haben in diesem Part bisher noch nicht wirklich was geschafft. Nur das zugeschweißt. Das Problem ist, dass wir noch drei weitere Sachen für das blöde U-Boot brauchen. Geht das hier nach einer Zeit aus? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist dauerhaft anders. Das ist schlecht. Ich wollte mal hoch zum Helikopter, ob hier vielleicht was liegt. Kann ja sein. Ich wüsste zwar nicht, wo und was, aber... Guck, das ist schon wieder da, ne? Das ist doch das Geräusch, dass es da ist. Ich glaube, ich lasse alle drei hier. Ah, ne? Hier sind die Kameras wieder. Hier wollte ich gar nicht hin. Oh, hier ist die Kamera. Oh. Ciao. Oh, das ist Wasser. Ich dachte gerade, was ist das? Ich war verwirrt. Das Vieh ist einfach direkt wieder hier. Oder das ist gar nicht das Geräusch vom Monster, sondern irgendwas anderes. Kann ich... Hallo? Ah. Okay. Aber ich kann nicht zur Seite schauen. Das ist ja super. Es klingt sehr nah. Es klingt sehr nah. Nein, 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 nein. Geh runter, geh runter. Ich weiß halt nicht, ob es verschlossene Türen öffnen kann. Wenn die gelockt sind. Wenn das die Monster nicht können, dann würde ich mich in solchen gelockten Räumen mega wohlfühlen einfach. Das ist echt nicht geil. Hä? Hallo? Es klingt so nah. Vielleicht, weil es das ist. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ist das hier drin, Alter? Warum kann ich mich hier nicht umsehen? Okay, es ist hier drin. Yes, man. So? Mm-hmm. Okay. . Bitte geh. Hier ist niemand. Oh, ich kann hier gar nicht mein Heft öffnen. Mein Büchlein. Ja. Ich, äh... Bin verwirrt. Wie weiß ich, dass er in der Nähe ist? Ich meine, es war laut, ja, aber irgendwie, so wirklich ankündigen tut er sich auch nicht, oder? Also man hat, ich hab so das Gefühl, er ist die ganze Zeit irgendwie in der Nähe. Ich mag die beiden Monster nicht. Ich will das andere Monster mal wieder haben. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wo lang. Vielleicht geh ich hier einfach wieder weg. Vielleicht geh ich wieder rüber. Ich geh mal hin und her. In der Hoffnung, dass das Monster nicht mitkommt. Aber irgendwie klappt's nicht. Oh leil, das ist ein Raum. Ich dachte, hier geht's raus. Okay. Ich mach mal auf. Hm, 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 hm. Ist das 11.45? Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Fuse. Nein. Wofür kann ich hier nur Fuse benutzen? Ich meine, jetzt ist hier eh weg, aber wofür? Für Licht. Das ist ja super. Das wollte ich auch total gerne dafür benutzen. Warte mal, das steht hier wahrscheinlich auch noch dran, oder? Irgendwo. Ist das immer noch da? Ja. Kamera, nervt mich nicht. Dein Ernst? Geh doch mal weg jetzt. Alter, ich guck dich doch nur an. Bleib mal ruhig. Ich guck mal weiter hoch. Warum ist da Blut? Wash your hands. Ja. Ist das noch ein Schatten von dem? Oh! War das knapp. Alter. Rein hier. Äh, 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 Power, ja. Oh nein! Das sieht mich doch hier. Hallo. Wie geht's? Ja, du siehst mich nicht. Du bist wunderschön. Ja, du hast keine Füße. Bitte geh weg. Nein! Warum denn? Ach, leck mich doch. Würden sie... Ach komm, dein Ernst, Alter. Äh, ich muss hier weg. Mach dich auf. Ach, du Scheiße. Mach doch auf, Alter. Beeil dich doch mal. Da sind fucking Monster hinter dir. Äh, ich weiß nicht, wohin. Ja, vielleicht nicht zur Kamera. Äh, toll. Super. Das... Das war der beste Raum. Ever. Alter, ich häng fest. Oh! Ich weiß nicht, wohin. Alter. Hä? War da auch noch Kamera? Ich weiß nicht. Mir scheiße, ja. Ich geh jetzt wieder rüber. Da sind keine Kameras. Das... Die Kameras nerven mich. Alter. Warum hat es mich jetzt gesehen, Alter? Das steht ja erst 5 Minuten im Raum rum, bis es checkt. Ah, okay. Da sitzt jemand unterm Tisch. Richtig logisch einfach. War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Hier war ich schon. Die Türen sind offen. Oder war ich immer noch einen runter? So. Vielleicht gibt es hier noch Türen. Das Vieh ist immer noch da. Ja, das ist jetzt wieder das hier. Das will ich ja gar nicht. Ich glaube, ich muss hoch. Kann das sein? Ist vielleicht sinnvoller. Kann ich überhaupt noch hochrennen? Vielleicht gibt es oben noch irgendwie ein Deck oder so mit Räumen. Ich hab keine Ahnung. Das Vieh ist schon wieder hier. Ich kotze ins Essen. Ich glaube, höher konnte ich nicht mehr. Ich glaube, da wo ich reingekommen bin, war das höchste. Ich schau mir nochmal hier um. Vielleicht habe ich hier Türen übersehen oder so. Kann ja sein. Ich will nochmal so eine super Runde haben, wo ich so viel gefunden habe. Hier finde ich gefühlt gar nichts. Eine Sache habe ich gefunden. Gut, und drei Benzinkanister, aber ich habe die Zange halt nicht. Ich brauche die Zange. Ich gehe jetzt nochmal rüber. Ich war oben, glaube ich, noch nicht beim U-Boot, oder? Vielleicht liegt oben beim U-Boot die Zange rum. Äh, beim Rettungsboot. So rum. Warte mal, ich gehe hier lang. Ich weiß auch immer nicht, soll ich nach 20 Minuten cutten, oder soll ich einfach eine Runde machen, und wenn die 14 Minuten geht, lade ich 14 Minuten hier hoch. Oder soll ich das in zwei Zwanziger dann aufteilen, wenn es so eine lange Folge geben würde? Ich weiß es nicht. Also, ich nehme in einem Stück die Runde auf, aber dann cutte ich die vielleicht. Oder auch nicht. Mal gucken, weiß ich nicht. Oh lol. Hä? Ach, leck mich doch. Die kann mich gar nicht gesehen haben. So ein Bullshit. Hi, Kamera. Nix, 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 nix. Hauptsache, hier ist noch ein Benzinkanister. Ja, das ist mega das gute Versteck einfach. Das war nicht unbedingt klug von mir. Da hätte ich vielleicht nochmal warten sollen. Eventuell. So. Was ist das denn? Ne Pumpe. Ach, damit kann ich sie aufpumpen, ne? Wahrscheinlich, schätze ich mal, oder? Irgendwie, irgendwo. Ich sollte... vorsichtig sein. So, nimm mit. Äh... Jetzt ist das Vieh wieder hier. Ich kotze. Ähm, wer ist... ...ja, zum Glück gar nicht laut. Wofür ist die Pumpe? Warte mal. Äh... Ne, warte, das ist das. Hier. Ich lasse sie erstmal hier liegen. Ich glaube, die ist... ...für das Boot aufpumpen später. Jetzt geht's zumindest nicht. Toll, jetzt... Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. Ich glaube, das hat sich erledigt mit dem Rettungsboot. Ich bin schon leicht dämlich, ne? So ein bisschen. Ja, du bist... Hä, was macht er denn? Dolly. Hallo! Hä, bist du dumm? Muss ich von hier machen, oder was? Unnötig. Oh! Oh! Die Batterie für das U-Boot. Wäre schon Teil 2 von 4. Und... Klebeband. Wofür brauche ich Klebeband? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, da wäre es, aber... Da ist es! Ach, du Kacke! Oh! Nein! Runter! Wow! Ey, leck mich so fett am Sack, ey. Huh! Okay. Ich würde sagen, ich gehe mal zum U-Boot und setze die Batterie ein. Alter! Ja, das hat ein bisschen gesessen, der Schock. So ein ganz bisschen. So, runter, 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 runter. Ist das Vieh noch da? Es ist gerade sehr laut. Äh, komm. Ein bisschen schneller, der Herr. Dankeschön. Oh! Alter! Es ist gerade voll laut! Okay. Ich glaube, wir haben es abgehängt. Aber es ist schon wieder hier. Willst du mich verarschen? Einer auf den, das ist genauso schnell wie wir. Ich hasse das Spiel. Ach, joa. Naja, jetzt haben wir zwei von vier Teile fürs U-Boot. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich finde es aber gut, dass man vor einem Monster fliehen kann. Also man ist nicht direkt tot, außer es hat einen, dann ist man direkt tot. Aber so hat man wenigstens noch die Chance, ähm, das finde ich ganz gut, das finde ich ganz gut eigentlich. Wäre ja auch doof, wenn nicht, irgendwie. Das dauert zum Glück gar nicht lange, auf einer Flucht sollte ich das nicht machen. Oh, toll, vor allem, weil es hier in Sackgassen führt. Das ist ja super. Richtig nett. Aha. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt positiv oder negativ ist, dass ich schon wieder hier bin. Tja. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag das hier nicht. Und ich weiß auch genau, wieso. Alter. Kackteilei. Lass mich doch mal in Ruhe. Töte mich wieder trampeln, ne? Ist hier eine Sackgasse? Willst du mich verarschen? So. Bin ich jetzt mal safe hier irgendwie, irgendwann, irgendwo? Das wäre echt nett. Ich habe so das Gefühl, das Vieh wird geportet, wenn wir zu weit von dem weg sind. Dass wir ja keinen Abstand gewinnen. Ich finde das ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. So ein bisschen. So ein ganz bisschen. Feuerlöscher. Hau ich dem Vieh bei den Kopf. Okay. Das Ding ist, meine Orientierung ist super in diesem Spiel. Deswegen bin ich auch immer am gleichen Ort. Ich will eigentlich wieder rüber. Ich meine, die Kameras sind zwar doof, aber da müsste es noch Räume geben, die ich noch nicht erkundet habe. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwo da drüben die Zange liegt. Und vielleicht sogar der Schlüssel. Ich muss systematisch vorgehen eigentlich und Etage für Etage abgehen. Aber wenn das Vieh dann da wieder ist, dann ist das ein bisschen scheiße. So ein ganz bisschen. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon wieder irgendwie hier vor mir oder sowas. Ich finde das nicht gut. So. Ich mache die... Da ist eine Kamera. Mach die Tür auf. Mach die Tür zu. Schließ auch mal ab. Dann braucht das Monster länger hier rein. Hier war ich schon, oder? Die Flasche kommt mir bekannt vor. Aber die Tür war zu. Ich mache die ja eigentlich nicht wieder auf. Gott, das ist schon wieder hier. Das wird... 100 Pro wird das geportet. Wenn wir zu weit weg von dem sind. Dass das nicht auf der Seite bleibt, sondern wieder bei uns ist hier. Das wäre ja sonst auch zu unfair. Hätte das Monster ja keine Chance, uns zu kriegen. Das ist wie in Dead by Daylight. Okay. Wir duschen. Ist hier was drin? Kann hier was drin sein? Will ich es wissen? Eine Fuse. Okay. Äh. Ich verwechsel hier immer. Das ist doch keine Fuse, Mann. Ich bin so doof. Ich habe das Gefühl, da ist oben. Ein Stockwerk über uns. Was ist das? Hä? Smash A... Oh nein. Wenn ich das wegschmeiße, dann weiß das Monster wieder, wo wir sind. Und... Ätzend. Kann ich das übers... Deck schmeißen? Wee. Tschüss. Ja, ist klar. Das ist gar kein Wasser. Das ist Steinboden oder was? Was? Das wäre mega Lust. Lust! Mach doch die Tür wieder auf! Hallo? Idiot! Hallo! Äh. Okay, das ist fies. Ich komme hier nicht raus. Ich komme hier nicht. Nein. Ah, Mann, Alter. Das macht die Türen so zu, dass ich da nicht durchkomme, oder was? Rotze! Das war auch eine Scheißrunde. Ich habe nichts gefunden. Nichts Ordentliches. Nichts Schönes. Das Monster ist auch kacke. Dann kriege ich endlich mal das andere. Ach, ja. Naja. Wieder gestorben. Schön. Schön.